Der Träger ist hier! Ich hoffe, dass sie noch runtergesprungen kommen und dann rumschreien. Ah, er ist hier! Die sind doch noch rausgescheiden lassen. Geh weg! Da rum! Schreit er ja um. Jura. Ich hab mir gedacht, dass die Party gleich los ist. Mieser Kombination. Schon eine sehr mäße Kombination. Schreit er. 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 Jetzt hab ich mir so viel Schaden machen müssen. Das ist schlimm. Danke. Stryker habe ich ja schon. Auch wenn die immer auf dem Boden ohne Visier liegt. Ich habe schon zwei, drei Hits verpasst. Ich habe es genau gesehen. Oh, Mann, das ist immer meine Waffe weg. Ballons. Gib mir um den Sack. Ha, ha, ha. Also, ich habe das Gefühl, wir kommen auch, wenn es einfach nur mal ein massiges Gegner zu schweigen. Ja, ich habe doch schon nichts, schweige. Oh. Herz, Herz, Herz. Das hier Zeug zum Schmeißen. Kein Licht mehr. Zerstören. Achso. Jetzt muss ich ja wirklich gehen und kämpfen. Was? Ich lärte euch die Klinge und sie zerstört. Ich brauche nur Munition. Dankeschön. Nochmal gucken. Oh, das kann ich ja mal. Äh, das war nicht. Huuuh. Und die Klinge, du hast nicht den Verstand, um die Fähigkeiten in dir zu kontrollieren. Gib sie uns. Herz. Von deiner Qualität. Munition, Munition. Wo ist denn er jetzt? Einfach es dir zu zeigen. Steh auf und kämpfe, mein Bruder! Ah, Wahnsinn. Also zumindest ein Package. Aua ist Victor. Boah. Wo bist du, mein Freund? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja jetzt nicht so schwer bis jetzt. Ah, Mist, ich brauche mal einen. Und ich gebe mir mal ein Schild, sehr schön. Okay, jetzt spare ich mal die Munition ein bisschen für den Typen. Ah, hier liegt doch noch Munition rum, sehr schön. Ich gebe sie mir, gebe mir die Munition. Und los. Wo ist er hin? Ja, lol. Nein, gib ihnen nicht der Finsternis, bitte. Sie wird uns alle vernichten. Karl aufnehmen. Karl aufnehmen. Ja, gib mir seine Macht. Wow, Alter, wo kommt er her? Das Ding ist also das einzige, was mich töten kann. Ja. Wird schon schief gehen. Nein! Du hattest nie die Kontrolle. Ich hole mir Jack. Und dann hole ich mir dich. Ja. 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 Vielleicht hat er was Falsches gegessen. Hey, Jackie. Hast du was Falsches gegessen? Ich hab mal einen Clown gefrühstückt. Oh Gott. Nein. Nein, verdammt. Das ist nicht richtig. Ich sollte in der Hölle sein. Ich sollte in der Hölle sein. Jackie, Jackie, alles okay? Heilige Scheiße. Dr. James. Leck mich. Du bist nicht real. Hier ist nichts real. Nur eine beschissene Ablenkung, um mich von der Flitze des Herrn zu halten. Ich muss hier raus. Hm. Dr. James, es ist Jackie. Schnell! Ich muss zur Hölle fahren! Hm. Komm schon, Jackie. Alles wird gut. Dr. James! Alles in Ordnung, Jackie. Niemand wird dir etwas tun. Halt ihn fest, Edward. Aber klar doch, Dr. James. Ihr seid nicht real. Nichts von dem hier ist real. Das ist nur ein Trick. Aber ich kaufe euch das nicht ab. Kapiert! Sagt eurem Boss, dass ich ihm das hier nicht abkaufe! Es gibt keine Verschwörung, Jackie. Du bist in einem Krankenhaus. Es geht dir nicht gut und wir wollen dir nur helfen. Wo ist Jenny? Geh und sag Jenny, dass sie besuch kriegt. Unterwegs. Halt ihn fest. Jackie, das ist zu deinem besten. So. Jetzt wird alles gut. Du hattest einen bösen Traum und wir sorgen dafür, dass es dir besser geht. Du willst Jenny sehen? Wir bringen dich in ihr Büro. Ich denke, sie wird dich beruhigen. Okay. Komm schon, Jackie. Alles wird gut. Hä? Was ist los? Stirbt er? Nein. Adolf. Hä? WTF? Hä? WTF? Du? Ja. Ja. sterben sehen hör mir zu es ist wichtig hörst du die finsternis jetzt sie ist still gut ich denke das beruhigungsmittel zeigt bringen wird ein oh ja gut das schon das beruhigungsmittel zeigt einfach nicht genau Johnny mach was nichts von dem hier ist real der einzige weg raus ist nach oben hä hä nein geh nicht darauf du wirst nur nein ich hatte einen guten lauf nicht ich kannte das risiko ich ich habe hier ich 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 ah ah nein 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 Verdammt, Jackie! Okay, Jackie. Wir beruhigen uns jetzt einfach. Dr. Vic will dir nur helfen. Jackie? Jackie! Oh Gott, bitte komm da weg! Du wirst dich verletzen! Du bist nicht Jenny! Jackie, das ist kein Spiel. Wenn du hier stirbst, bist du wirklich erledigt. Dann ist es vorbei. Nein, du irrst dich. Dieser kleine Scheißrat erricht. Wenn ich hier sterbe, fahre ich zur Hölle. Jackie, du bist in einem wahnhaften Kreis gefangen und wir wollen, dass du dich davon befreist. Jackie, tu das bitte nicht. Ich will dir helfen. Du bist ein Trick der Fitzenit. Du bist nicht die echte Jenny! Jackie, hör mir zu. Es gibt keine Finsternis. Du hast keine besonderen Finsternis. Wenn du stirbst, ist alles vorbei. Du stirbst. Himmel oder Hölle, du bist tot. Ich will dich nicht verlieren. Du sollst nur wieder gesund werden. Nimm das Glozapin. Schon bald siehst du die Dinge wieder klar und all das hier wird nur noch ein böser Traum sein. Nimm bitte deine Medizin, Jackie.